Hey, meine lieben Schlafversuchenden und natürlich herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Sailor Dream ASMR. Ja und heute habe ich mal ein tolles Unboxing Video für euch in Kooperation mit der Firma Most Beautiful Phone Cases. Vielleicht kennt ihr ein oder andere die Firma schon. Diese macht tolle Handyhüllen und diese möchte ich euch heute einmal präsentieren. Ich durfte mir nämlich drei Stück aussuchen und Leute, ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich bin verliebt. Ohne Scheiß. Ich werde euch das jetzt natürlich sofort einmal zeigen und würde auch direkt sagen, let's go. So, meine Lieben. Das Ganze kommt in so einem Paket. Das sieht jetzt ein bisschen abgerissen aus, weil ich natürlich meine Adresse abgemacht habe, ist ja klar. So. Und wir öffnen das Ganze jetzt mal. So. Das Ganze sieht so aus, wenn ihr das aufmacht. Ich habe ein bisschen runtergerutscht. So. Okay. So. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Sieht man jetzt schlecht, aber ich zeige es euch jetzt. So. Und zwar. Ich stelle das mal zur Seite. Kommen die Hüllen in solchen Verpackungen an, also die da drin sind. Und ich würde sagen, ich fange einmal mit der Hülle an, die ich mir bereits vorhin an mein Handy gemacht habe. Schaut mal, wie schön ist diese Handyhülle bitte. Oh mein Gott. Die glitzert so, so schön. Das ist der Wahnsinn. Vor allem draußen. Ich war ja vorhin schon Gassi. Und wenn die Sonne drauf scheint, oh mein Gott. Das ist so krass, wie das glitzert. Also ich persönlich liebe ja sowas. Da ist ja jeder anders vom Geschmack. Aber ich persönlich liebe das total. Und vor allem, das passt auch perfekt zu meinem Handy. Weil mein Handy hat die Farbe Lavender. Ihr müsst euch vorstellen, oder ich zeige euch das mal. Ich mache es mal ab. Die ist durchsichtig. Heißt, die nimmt dann natürlich die Farbe eures Handys an. Wenn ihr also ein schwarzes Handy habt, dann wäre der Hintergrund natürlich schwarz mit Glitzer. Na, fokussieren bitte. Ihr kennt ja das Spiel. Die ist so, so schön. Vor allem, die ging locker easy rauf. Aber es passiert nichts. Es rutscht nichts raus. Ich habe natürlich auch einen tollen Code für euch. Dieser lautet einfach DREAM. DREAM. Ist auch egal, ob ihr das groß oder klein schreibt. Und darauf bekommt ihr 20% Raff. Und den Link dazu findet ihr natürlich in meiner Beschreibung und in der Infobox. Ganz klar. Die ist echt mega, mega schön. Oh mein Gott, ich bin verliebt. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Hülle. So. Genau. Da habe ich mir wieder eine durchsichtige ausgesucht. Aber mit ein bisschen Glitzer. Ist im Endeffekt so ein bisschen wie die von eben. Bloß halt ohne Schmetterlinge. Und die sind halt auch wirklich sehr, sehr stabil. Also man kennt das ja manchmal von Hüllen. Dass man so das Gefühl hat oder den Eindruck, ob die wirklich was aushalten. Das habe ich aber hier nicht bei denen. Und ich war auch so, so froh, dass ich mir wirklich was aussuchen durfte. Weil wenn ich hier bei uns in der Stadt im Laden bin, in so Elektrofachgeschäften, wo es auch Handyhüllen gibt, dann sehe ich immer nur so standarddurchsichtige oder diese kleinen Mäppchen, wo man Karten mit reinstecken kann. Aber die finde ich halt nicht wirklich, ja, geil. Deswegen bin ich sehr froh, jetzt Besitzerin von drei Hüllen zu sein. Die ich auch gut finde. Ihr findet da auch wirklich für jede, ja, wie nenne ich das, für jede Handymarke, so, mir ist das Wort nicht eingefallen, wirklich eine Hülle. Aber das seht ihr dann, die ist da richtig schön aufgelistet. Die Seite mit iPhone, Samsung und Co. Ich finde allgemein Tapping-Sounds, wenn die Hüllen noch richtig hinein. Klingt so ein bisschen wie Regensounds. Okay. Dann zeige ich euch die letzte Hülle. Und die finde ich auch mega schön. Da ist übrigens noch so ein Schatz mit drin, damit wirklich nichts passieren kann, bis die Hülle bei euch ist. Und zwar auch mega, mega schön. Schaut mal. Das ist diesmal keine durchsichtige, weil ich so eine auch unbedingt haben wollte. Und die ist so richtig halt, die ist dezent, aber trotzdem mega süß mit dem Herzchen. Und hier ist zum Beispiel nix, aber hier sind dann wieder diese Zeichen. Schlicht, aber mega schön, finde ich. Und passt natürlich auch super farblich wieder zu mir. Momentan ist das wieder so warm draußen, ist das bei euch auch so. Da kann ich meine Haare glätten, wie ich möchte, aber die puffen trotzdem auf. Kennt ihr das? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich kann die ja auch mal rummachen. Und drum ist er. Es geht wirklich locker easy. Und auch hier sieht man, der Rahmen ist schön dick. Also braucht man wirklich keine Angst haben, dass da irgendwie was kaputt gehen könnte. Weil da gucke ich auch immer sehr drauf, dass es halt ein bisschen dicker ist. Also ich finde die echt alle drei mega, mega hübsch. Und wenn ihr noch eine tolle Handyhülle suchen solltet, dann schaut doch gerne mal bei Most Beautiful Phone Cases vorbei. Also da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Wie gesagt, der Code lautet DREAM, egal ob groß oder klein geschrieben, 20% Rabatt. Und der Link dafür ist in der Beschreibung und in der Infobox. Aber das war es jetzt natürlich noch nicht. Denn es sind noch schöne Extras mit drin im Paket zu den Handyhüllen. Und wer findet es nicht cool, wenn immer Extras mit dabei sind? So, zum einen haben wir hier einen Kugelschreiber von Most Beautiful Phone Cases. Alles in Sauns rausholen, was geht. Dann haben wir hier noch so ein Paket. Das habe ich auch noch nicht geöffnet. Also da gucken wir jetzt gemeinsam rein. Satisfying. Okay, was haben wir denn da? Das habe ich ja eben schon gesehen. Und falls ihr das Video seht, wirklich beste Entscheidung. Ich liebe Pickup. Ich liebe es. Yummy, 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 yummy. Den muss ich bestimmt nachher mit meinem Freund teilen. Dann haben wir hier noch so eine Milka-Schokolade mit drin. Richtig, richtig nice. Dann noch Sonne. Ich glaube, das sind Aufkleber. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Mega, mega süß. Und so ein tolles Bild. Und gewinne einen Coupon. Einfach freirubbeln. Ah, okay. Das könnt ihr quasi freirubbeln. Und dann einen Coupon gewinnen. Ich denke mal mit einem Rabattcode könnte ich mir vorstellen. Aber es ist ja Coupon. Gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Okay. Das passt auch schon wieder super zu meinen Schmetterlingen. Richtig nice. Und dann haben wir... Green Now. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche. Power. Nahrungsergänzungsmittel mit Matcha, Grüntee-Extrakt und... Prami-Extrakt Special Edition. Das kenne ich auch noch gar nicht. Kennt ihr das? Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ist auch vegan. Ich kann das ja mal aufmachen. Mal gucken, wie das aussieht. Ach, hier. Das kann man quasi so auswickeln. So sieht das aus. Das kenne ich auch noch gar nicht. Aber es ist richtig cool, dass das jetzt so als extra mit drin ist. Und dass man das halt noch mit austesten kann. Das ist ja cool. Immer denn, wenn du es am meisten brauchst. Studium, Sport, Arbeit, Reisen, Party. Okay. Auch nicht schlecht. Ich bin gespannt. Ich werde es testen. Und dann kann ich euch ja Bericht erstatten. Schauen. Lassen wir uns mal überraschen. Okay. Und dann... haben wir hier noch ein bisschen Lesestoff. Das befindet sich hier drin. Hier sind ein paar Karten drin. Ups. Und dann ist da noch so ein Flyer quasi für diese Kapseln dazu. Das gehört da zusammen. Ah, verstehe. Ah, okay. Also die haben verschiedene Produkte. Und das ist quasi ein Flyer dafür. Und genau. Und dann packe ich das mal wieder da rein. Okay. So, meine Süßen, das waren die drei neuen Hüllen von Mouse Beautiful Phone Cases für mich. Schaut gerne mal auf der Seite vorbei, falls ihr noch auf der Suche seid nach ein paar schönen Hüllen oder ein paar zusätzlichen. Bei mir ist jetzt das Coole. Ich kann je nachdem, was ich für ein Outfit anhabe, meine Hülle einfach wechseln. Das ist mega praktisch. Und ja, lasst mich eure Meinung gerne mal wissen. Schreibt es einfach in die Kommentare. Wird mich sehr, sehr interessieren, welche Hülle euch am besten gefallen hat. Oder vielleicht sogar alle. Kann ja auch sein, weil ich liebe alle drei. Und ja, ich meinerseits wünsche euch jetzt eine gute, gute, gute Nacht. Vielen Dank, Mouse Beautiful Phone Cases, für diese drei tollen Hüllen. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.